Breitlein, hallo hier. Ist jemand, mit dem Sie reden können? Würden Sie mir bitte nochmal sagen, mit welchem Namen ich Sie am besten ansprechen darf? Wir denken, es ist wichtig, diese Hoffnung nicht zu verlieren. Lasst uns einander mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Echt gute Stimmung, finde ich. Wirklich intelligent und empathisch zugehört. Und was für ein Start für unsere Praktikanten. Hallo, wie geht es Ihnen? Wie geht es gut, Baby? Wie geht es dir? Warum machen Sie das? Weil es geiles Baby! Diese Nummer ist nämlich für Menschen, die wirklich Angst haben oder von der aktuellen Lage überfordert sind. Warte, 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 warte mal. Welcher Lieder? Ich glaube, der ist, äh, Freund? Freund, ja? Ja, was? Oh, ich bin einfach, das ist so gut. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Ja, wird es das? Halt! Ich auch. Ich auch. Jetzt sterbe ich. This ist sehr galt, mais... Ich sehe, was du... Ich sehe... Ich sehe, was du...